Das ist Chile. Chile ist bekannt für seine schneebedeckten Vulkane, seine bunt bemalten Häuser und seine rätselhaften Steinriesen. In diesem Film erfahren wir mehr über das lateinamerikanische Land. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017